Ja, könnte heute mein erster Auftritt sein, aber auch mein letzter, wenn ich mein Perfekt-Match finde. Marvin. Valeria. Ich bin echt genervt von dieser ganzen Situation. Dass noch so ein Mann kommt, gell? Ja, die Männer müssen uns gerne sagen. Bitteste Match, bitte, bitte. Bitteste Match, bitte. Bitteste Match, bitte. Bitteste Match, bitte. Bitteste Match, bitte. Alter. Bitteste Match, bitte. Bitteste Match, bitte. Bitteste Match, bitte. Bitteste Match, bitte. Okay, komm. Dann kennen wir uns aber trotzdem noch. Bitteste Match. Bitteste Match. Dementsprechend sind die beiden auf jeden Fall kein Match. Da haben wir dann eine Erkenntnis schon mal für das Spiel. Wir auch. Finde ich ein bisschen krass, hätten wir das in der ersten Nacht direkt geschafft. Wir lassen uns davon jetzt nicht irgendwie abhalten, Weinhardt zu machen oder sonstiges. Wir werden trotzdem die Perfekt-Matches winnen. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Der Marvin. Das geht, Leute. Alles klar? Ich wollte mich jetzt nicht so ehrlich. No Match, aber ist okay. Also optisch ist Marvin schon mein Fall. Aber da sieht man halt, dass es nicht unbedingt immer nach dem Aussehen geht hier, sondern man ganz genau forschen muss. Ich würde sagen Party. Habt ihr Bock? Ja!